Moin Leute, nachdem ich letztens die Licht-A-War testen durfte, weil ich sie selber gezogen habe, habe ich jetzt die Ehre gehabt, auf dem Account von dem guten Haxen bei uns aus der Kitsunen-Bande einmal die Dark-A-War zu testen. Die Dark-A-War ist auch ein ganz anderes Monster als die Licht tatsächlich, logischerweise. Und wir haben sie uns heute mal ein bisschen genauer angeschaut. Es ist ein recht straightforward Monster, würde ich sagen. Und wir gucken da mal rein und schauen mal, ob dieses LD-Net-5 jetzt seinen hohen Ansprüchen gerecht wird. Ganz kurz vorneweg, was macht die Dark-A-War denn so aus? Zum einen die dritte Fähigkeit. Angriffshorn erhöht die Angriffskraft aller Verbündeten für drei Runden und die Angriffsleiste jeweils um 30%. Danach greifen alle Verbündeten außer dir selbst zufällige Gegner an. Das ist quasi eine ziemlich starke Fähigkeit. Sie selber macht da quasi gar nichts. Sie braucht Verbündete, die aktiv am Leben sind und nicht gestunt sind, damit das hier gut funktioniert. Die zweite Fähigkeit ist eine, die auch andere haben. Es ist einfach ein Dreifach-Hit auf einen Gegner, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zwei Runden lang Dots zu verteilen. Und die erste Fähigkeit ist die Verteidigungsbrechung, die auch die Licht-A-War hat. An sich sehr solide Monster. Wir ist eher so eine Art Support-Unit, würde ich fast schon sagen. Sie hat 103 Base-Speed und wird wahrscheinlich als Monster durch das Angriffshorn hier für die erste Runde gespielt. Also du willst quasi die erste Runde mit ihr generieren und dann die restlichen Team-Mitglieder möglichst buffen und dann hoffen, dass alles glatt läuft. Und jetzt gucken wir mal, wie glatt das laufen kann, wenn wir uns das Ganze mal in der Welt-Arena anschauen. In der Welt-Arena habe ich mir so gedacht, wir versuchen es mal mit so einer Art Cleave-Kombination. Für alle, die nicht wissen, was eine Cleave ist. Cleave ist quasi, ihr generiert die erste Runde mit eurem Team. Also ihr wollt den Gegner die erste Runde abnehmen und seid schneller als der Gegner. Und versucht euer gesamtes Team vor das gegnerische Team zu schieben, um dafür zu sorgen, dass der Gegner dann, nachdem ihr dran wart, nicht mehr da ist. Also Abschlachten im Englischen heißt Cleave und das machen wir jetzt auch in dem Fall oder versuchen es zumindest. Das sind die Monster, die wir jetzt hier oben sehen. Eivor als Attackbar-Booster, als zweiten Angriffsbalken erhöher oder Attackbar-Booster. Ist Draco noch mit drin, der Brownie-Magier in Feuer. Und dann habe ich mir noch weitere Monster überlegt. Wir brauchten auf jeden Fall noch Speed-Leads, weil sie hatten leider keine Lead, die uns irgendwie weiterhilft. Da habe ich mich dann für Jameer und für Tablo entschieden. Und wir haben auch noch Faye. Faye ist gleichzeitig Damage-Dealer und hat ein Lead. Allerdings ist Faye auch dafür bekannt, dass sie super inconsistent Damage macht mit der dritten Fähigkeit. Dritte Fähigkeit von Faye kann Hard Defense ignorieren, aber kann auch nicht. Also sie hat eine 25-prozentige Chance, dass sie Defense ignoriert und hat vier Hits. Und es kann immer passieren, dass keiner davon Defense ignoriert ist. Ja, wir werden es gleich sehen, wie gut das läuft. Und dann haben wir noch weitere Damage-Dealer dazugepickt. Also grundlegendes Konstrukt ist Dark Eivor, Draco, Jameer, Faye und dann vielleicht Tablo, Kaki oder Lucian. Der Imperator, den könnt ihr ignorieren. Und auch dem Samath, der ist nicht geruhnt. Die stehen in unserer Ziele. Das ist ungefähr das Konstrukt, womit wir jetzt reingehen werden. Und dann gucken wir doch mal, wie gut das in der Welt-Arena funktioniert hat. So und bevor wir jetzt hier reingehen, zeige ich euch auch direkt mal, wir haben das Ganze hier in solchen Freundes-Contests getestet. Also ich bin jetzt nicht in die richtige RTA reingegangen und deswegen sind wir auch mal gegen deutliche höhere Spieler hier rein. Das heißt, wir sind ja hier normalerweise im RTA im Silber-Drei-Sterne-Bereich. Und wir haben jetzt hier gerade auch gegen den Gold-Zweier mal gespielt. Also wahrscheinlich von der Runden-Qualität deutlich besser. Wir haben jetzt diese Cleave gepickt. Ich habe es gesagt, wir haben meistens versucht, einen Speed Leader direkt zu picken, einen Attackbar-Booster oder beide gleich. Und dann, je nachdem, die letzten beiden Damage-Tealer mit rein. Ich kann dann nochmal an der Stelle, das habe ich noch gar nicht getan, die ganzen Runen einblenden. Ich habe die mal alle weggescreenshotted, damit ihr das auch sehen könnt. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir die einfach der Reihe nach ganz kurz durch. Vorne weg, das Monster, was am schnellsten sein sollte, ist die gute Dark Eivor. Die habe ich recht schnell gebaut. Die kann ich nochmal an der Stelle hier einblenden. Und auf ähnlichem Speed, auf ähnlichem Speed habe ich dann auch Draco versucht anzupassen. Und dann müsst ihr darauf achten, wenn ihr sowas selber spielen wollt. Die Speed Leader nicht vergessen. Also wir haben mindestens immer zwei Speed Leader gepickt, damit die nicht rausgebannt werden können. Das heißt einmal Faye und auch Jamiya haben die gleiche Speed Lead. Dass die da sind und dass dann die Monster und die Damage-Tealer, die ihr jetzt hinterher spielt, möglichst vom Tempo her keine großen Lücken haben. Also ihr müsst ein gewisses Mindest-Tempo haben, damit der Gegner nicht noch in eure Team-Komposition rein cutten kann. Das heißt, wir haben jetzt Faye, die kann ich nochmal ganz kurz zeigen, mit Geruhen, die auf einem recht schnellen Set unterwegs ist. Swift-Ruhen, also Tempo-Ruhen helfen hier sehr, um diese Tempowerte überhaupt zu erreichen. Luschen ganz genauso, ist eher ein Tempo-Luschen. Auch wenn die Runen sicherlich noch deutlich besser sein könnten, wollte ich wenigstens mal so eine grobe Richtung zeigen. Und auch der Jamiya, ganz zum Schluss, der Jamiya, der hat auch so eine Art Damage-Build. Also Jamiya kann auch sehr viel Schaden mit der zweiten Fähigkeit drücken. Das geht. Und kann ja selber auch nochmal euer Team die Skills resetten. Dann würde ich sagen, das war genug Erklärung. Wir starten mal rein, genau in diesen Kampf, den wir jetzt hier sehen werden und springen mal direkt nach vorn. So und wie es auch solche Cleave-Kombinationen in sich haben, ist meistens der Kampf recht schnell vorbei. Deswegen rede ich jetzt schon mal während des Ladebildschirms hier. Wir generieren hier A und O. Es ist wichtig, dass wir jetzt die erste Runde generieren mit dem Angriffshorn. Wir Attack-Buffen und holen den Attack-Balken nach oben. Und vor allem ist auch wichtig, dass der Gegner, Faye, jetzt übrigens hier zwei Monster oder sogar drei Monster Defense ignort. Das kann Faye theoretisch auch, aber das funktioniert nicht immer. Das ist auch die Wahrheit. So und jetzt haben wir das Ganze nochmal resettet mit Jamiya. Ja, jetzt macht er zwar seine Bomben, der Joker. Wir hatten ja echt Glück, dass der weggestorben ist. Und jetzt machen wir einfach wieder mit ihr das Angriffshorn. Und jetzt sollte wieder, also mindestens einer sterben. Jawohl, sie wird sogar abgesattelt. Und dadurch, dass die Marsha jetzt nur noch alleine dasteht, passiert jetzt hier nicht mehr so viel. Und selbst wenn die Faye jetzt hier irgendwie gestorben wäre durch einen Bio-Proc, hätte wahrscheinlich der Jamiya und auch die Eivor hier schnell den Laden dicht gemacht. Soweit. Das war so eine Cleave-Kombination. Sie sind meistens ziemlich schnell. Die sind immer lang erklärt, aber das Durchspielen ist recht zügig. Allerdings muss auch so viel gesagt werden. Bei diesen Cleave-Kombinationen heißt es auch, wenn ihr den Gegner nicht outspeedet, habt ihr basically verloren. Oder wenn der Gegner weiß, dass ihr in der Cleave spielt, habt ihr basically auch verloren. Also die sind nicht immer so erfolgreich, weil Compto hat designtet auch so. Das stellt euch vor, in einer Summoners World Championship kommt jemand mit solchen Kombinationen, wo quasi die Pick und Bun länger dauert als der eigentliche Kampf, wenn ihr den Gegner outspeedet. Das wollen wir ja nicht unbedingt. Das ist ja nicht zum Zusehen so lecker. Aber das ist eine Kombination, wo ich sie jetzt mal hier getestet habe. Dann würde ich euch jetzt auch nochmal so ein paar kleine Schwächen zeigen, die natürlich die dritte Fähigkeit von der Dark Ava mit sich bringt. Und das ist, dass das alles sehr zufällig ist. Und gerade wenn dann so Gegner dort stehen, wie wir sie jetzt sehen, Abelio, das ist ein Riesenproblem, wenn der dort steht. Und wenn irgendein Monster zwar viel Schaden kassiert, aber nicht getötet wird, kann ja Abelio dort reinkatten. Und das ist dann immer ein bisschen sehr belastend. Wir machen jetzt die dritte Fähigkeit und sehen, dass im Übrigen glaube ich sogar, dass die Kung-Fu-Göße, werden wir nachher sehen, ja hier in der Situation durchaus nicht so schlecht sind, weil wenn die so geteampt werden, haben die glaube ich auch die Möglichkeit, dass sie mit der ersten Fähigkeit in ihre dritte Fähigkeit reinproppen können. Aber ja, ihr seht jetzt, der Abelio hat getriggert und heilt einfach den Schaden, den wir gerade gemacht haben, wieder weg. Und ich meine, die Faye drückt sehr soliden Schaden auf dem Abelio. Guckt euch das an. Die Monster sind nur auf Damage geruhnt. Dafür sind sie halt auch da. Aber sobald der Gegner sich hier irgendwie davon erholen kann, ist für euch meistens der Kampf dann auch durch. Jetzt ist auch noch Jamil gestunt, sodass ihr eure Kohlen aus sich zurückholen könnt oder eure Verbündeten aus dem Stun holen. Und damit ist das Ding eigentlich schon durch. Ich mache jetzt hier noch so aus Verzweiflung die dritte Fähigkeit von Draco. Aber so viel passiert da jetzt erstmal nicht. Das ist halt das Problem, wenn ihr cleaft. Ihr müsst euch sehr sicher sein. Ihr braucht auch für solche Cleaves meistens eine sehr hohe Ruhnenqualität. Und wenn ihr die nicht dabei habt oder wenn der Gegner weiß, dass ihr dabei seid, ihn zu cleaven und rechtzeitig einlenkt, dann ist das meistens recht schwierig. So, in dem Match hier hat es aber dafür wieder mal ganz gut geklappt. Wobei auch der Gegner, muss man dazu sagen, eher so auf dem Gold- bis Silberniveau war. Anfang Gold, Ende Silber. So, dass man schon sieht, zum einen, wie gepickt worden ist und zum anderen auch, dass ja, vielleicht die ein oder andere Ruhnenqualität fehlt. Faye hat ja aber Hard Defense ignoriert, gerade auf den zwei Monstern. Ihr könnt, theoretisch kann Faye richtig böllern, aber die kann euch auch komplett verkaufen. Daher hätte ich mit, hat sie auch mal gewünscht, dass die Faye noch ein bisschen bessere Wahrscheinlichkeit hat, Defense zu ignorieren auf der dritten. Dann würde sie deutlich besser auch für manche Cleave-Kombinationen wahrscheinlich auch am Start sein. Wir sind jetzt schon wieder dabei, dank Jameer, dass wir nochmal das Angriffshorn blasen können. Und ja, so viel ist jetzt hier nicht. Defense Break versuchen zu landen. Landet, dritte Fähigkeit nochmal von Faye. Und da seht ihr auch, sind ziemlich alle Gegner ziemlich schnell weg. Und jetzt heißt es bloß noch Marsha töten und die sollte ja eigentlich wirklich kein Problem sein. Sogar den Kritt auf Marsha hier gelandet mit dem Drachen. Ja, nicht so schlecht, denke ich. Und wieder mal ein Beispiel für so eine kleine Cleave. Neben der RTA habe ich auch noch ein bisschen weiter getestet. Ich habe mir so gedacht, ah komm, vielleicht finden wir noch eine interessante Comp, wo wir gerade so diese Team-Up-Funktionalität, die wir ja mit dieser dritten Fähigkeit haben, irgendwie noch so ein bisschen ad absurdum führen können. Und naja, ich habe mich jetzt hier einfach mal entschieden. Wir haben ja eine Faye auf dem Account und wir haben auch eine Liu Mei, sodass wir hier einfach Kung Fu Girls versuchen zu machen. Und wir haben hier auch den Tablo auf dem Account, auch ziemlich witzig. Sodass wir hier sogar eine Speed, die wir die Arena noch hätten. Also das heißt, sie den Gegner outspeeden, versuchen mit Faye irgendwas zu Defense ignoren und dann hoffen. Einfach mal hoffen, würde ich sagen. Und wobei das jetzt im ersten Moment gegen diese Defense nicht geklappt hat, kann ich euch sagen. Ihr könnt euch ausrechnen, was hier passiert ist. Das ist der Abelio-Effekt, den wir vorhin schon hatten. Der ist hier auch passiert, leider. Aber ich würde sagen, wir gucken trotzdem mal rein. So, wir starten rein. Ich habe jetzt direkt das Angriffshorn wieder angemacht. Und jetzt seht ihr, die Mädels versuchen hier alles Mögliche. Und die proggen auch in ihre anderen Fähigkeiten rein. Ihr habt es gesehen auf dem Abelio. Ja, der hat jetzt diesen Buff-Block drauf, der ja nur über die zweite Fähigkeit kommt von Liu Mei. Also das funktioniert schon, dass ihr da quasi nochmal, gerade auch mit den Kung Fu Girls, da einige triggern könnt. Ihr könnt hier an der Stelle auch theoretisch mit Tablo die Angriffsbreiten, die vielleicht auch sowas wie Abelio bekommt, auch wieder reduzieren. Aber das muss halt wirklich passen. Und jetzt an der Stelle, wenn Ni Gong alles wiederbelebt, ich glaube, jetzt braucht er euch nicht mehr. Jetzt kommt auch noch der Dark-Bike. Hier haben wir gleich noch einen Monster-Test. Der Dark-Bike ins Spiel. Ja, ich glaube, an der Stelle ist das dann auch schon wieder durch. Viel mehr passiert jetzt hier nicht. Solange, wie es immer so ist, bei so einer kleinen Cleave kommt, kann man ja fast schon sagen. Wenn ihr es nicht schafft, den Gegner zu töten, dann wird er über längere Zeit euch ans Leder gehen. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt nicht allzu lange an, weil so viel passiert nicht mehr. Oder kommen jetzt hier die Kung Fu Girls nochmal mit dem harten Comeback. Zack, zack. Oh, zumindest die Juno aus dem Leben gedroppt. Nicht schlecht. Und hier an der Stelle auch nochmal die Leo Mei. Ja, nicht schlecht, aber ich seh, Abelio. Abelio ist euer Kryptonit. Wenn ihr den nicht irgendwie aus dem Leben bekommt mit Leo Mei, dann ist hier meistens Schicht im Schacht. Und wir haben das Ding auch am Ende verloren. Also würde ich sagen, gehen wir mal weiter in den nächsten Kampf. So, und an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz die Runen gezeigt von dieser Come, die wir gerade in der Arena testen. Wir haben das so versucht zu speedtunen, dass die natürlich als Schnellzeitmonster wieder unsere Eivor in Dunkel dran ist. Danach Leo Mei auf dem Qualbild. Danach dann wieder unsere wohlbekannte Faye. Und dann der gute Tableau. Natürlich alles so ein bisschen gespeedtunen, sodass das mit dem Angriffsbalkenerhöhung von der Dark Eivor irgendwie passt. Ja, dann gucken wir doch mal, wie das Ganze so vonstatten geht, würde ich sagen. Währenddessen ich hier schon wieder aus dem Bildschirm rausbilden. Perfekt. Wir starten rein und gucken einmal, wie das so abläuft. Und kann natürlich, also hier ist kein Abelio drin, das ist schon mal nicht so schlecht. Angriffshorn geht los. Wir haben ein bisschen Impact gehabt mit den ersten Fähigkeiten der Kung Fu Girls. Jetzt mal gucken, was Faye macht. Ein Defense Ignore war dabei von Faye, von vier möglichen. Dann jetzt weiter auf den Xing Zee. Das ist jetzt wichtig. Xing Zee töten. Zack, zack. Jawohl, der ist auch raus. Ging doch recht zügig. Also geht doch langsamer, sag ich mal. Und jetzt versuchen wir den Perner abzusatteln. Da ist er das erste Mal gedroppt. Wunderbar. Zweite Fähigkeit Stun. Oh, sehr gut. Hat funktioniert. Da leckt direkt das Bild. Wunderbar. Und jetzt heißt es einfach den Perner nochmal töten. Und dann ist diese Defense tatsächlich schon gewonnen. Also man muss dazu sagen, wo wir hier gerade rumgetestet haben, ist irgendwo im Silber-3-Bereich. Also die Defense ist, ich meine, diese Defense, die wir jetzt gerade gesehen haben, so in der ähnlichen Form, die sieht man doch immer noch recht häufig, diese Tanky-Defenses. Und die sind auch nicht so schlecht. Aber ja. Jetzt nochmal ganz kurz. Faye. Es soll hier kein Faye-Spotlight sein. Aber Angriff des Dunkelheitsdrachen kann mit einer 25-prozentigen Chance Verteidigung ignorieren. Und jetzt guckt mal, wie oft sie das macht. 0, 0, 0, 0, 0. Mhm. 0 von 4. Perfekt. Und der Arie steht immer noch. Also, ja, das kann bei Faye übrigens auch rauskommen. Also nicht, dass ihr jetzt den Eindruck bekommt, oh, Faye ist ja Giga-OP. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass Faye irgendwie eine höhere Aktivierungsrate für den Defense Ignore hat. Weil wofür... Ich meine, es gibt Luzhen, der einfach 100% AOE hat. Und dieses LD-Net-Fonds hat es nicht. Aber ich glaube, das ist eine müßige Diskussion. Und wir gehen einfach weiter und gucken, was man mit der Dark-A-War noch so machen kann. So, und in meinem jugendlichen Überschwung dachte ich so, ach komm, gehen wir doch mal in so eine Defense hier rein. Molly, Halfas, Arie, Kanal. Alles, was richtig toxic ist. Gehen wir mal richtig rein und gucken mal, wie das hier so performt. Ja, und wir schauen mal, wie... Also hier hängt es natürlich wieder an Faye. Faye, du darfst auch mal Defense ignorieren. Das ist nicht so schlimm. Und jetzt haben wir quasi einfach die Angersbalken wieder reduziert, dank Tablo. Und haben einfach nochmal eine Runde vor dem Gegner. Das ist ja auch mal ganz nett. Und ja, aber ihr seht, da ist nicht so viel passiert. Ist jetzt kein schneller Kampf. Und wenn Faye einfach mal anfangen würde, Defense zu ignorieren, dann werdet Dinge wahrscheinlich schneller durch, als man denken würde. Wir kommen ja eigentlich von der Strategie hier, sollten wir auch mit Halfas keine Probleme haben. Wir müssen halt nur mal irgendwann jemanden töten. So, was macht Kanal? Wir dürfen vor allem Kanal nicht rankommen lassen. Der könnte uns richtig auf den Sack geben. Und jetzt Angriffshorn, Angriffsbalken auch wieder nach oben ziehen. Und oh, da ist ein Stun. Und das sieht sehr gut aus. Jetzt den Kanal, ja, rechtzeitig Kanal nochmal weggehauen. Wunderbar. Leider ist die Faye jetzt auch rausgedroppt. Und jetzt wird es natürlich ein hartes Brot, weil die Leo May ist nicht auf Damage geruhnt. Achso, aber Tablo hat Bock. Wunderbar. Dann Tablo nochmal. Und jetzt könnte aber Leo May, ich weiß nicht, ob ihr es aus dem Belagerungskampf kennt, Leo May kann ja da komplett ausrasten. Und ich glaube, sowas in der Art werden wir nachher auch nochmal ganz kurz sehen. Meinen Sie mich da zu erinnern? Oder war das vielleicht was anderes? Was jetzt auf jeden Fall witzig ist, dass wir jetzt ja immer wieder teamappen mit den Jungs. Also da wird ja sowieso mit allen geteampt. Da, da war die Faye-Interaktion. Einmal kurz in die dritte Fähigkeit reingeprockt. Auch super OP. Die zweite Fähigkeit jetzt hier auch von der Dark Eivor nochmal gesehen. Ich habe den Eindruck, dass es eher, also die Dark Eivor ist hier quasi eher nur so ein Monster, was andere befähigt, ihre Fähigkeiten schneller zu machen. Ansonsten sie selber. Die zweite Fähigkeit finde ich komplett irrelevant. Die dritte Fähigkeit kann natürlich, die erste Fähigkeit kann natürlich Defense breaken, aber naja. Ja, wir müssen jetzt an Hyphaz vorbei, glaube ich. Wir machen einfach wieder die dritte. Angriffs-Balkenerhöhung. Einfach mehr Runden als der Gegner bekommen. Das ist das Ziel. Und, ja, versuchen hier vor allem, ja, wohl Healblock auf Molly drauf. Und jetzt, als der Healblock gesessen hat, dachte ich, okay, wir fokussen jetzt einfach Molly. Wird schon klappen. Das Schild von Hyphaz ist runter. Und, ja, ich glaube an der Stelle, also, Spoiler, wir gewinnen das Ding noch irgendwie. Aber das muss ich euch jetzt nicht noch extra antun. Wir gehen mal weiter und gucken mal, was wir noch so mit der Dark Eivor haben. So, und zum Schluss dachte ich mir, genug mit RTA, mit Arena und dem ganzen Schmutz. Ja, wir gehen mal in die Belagerungskämpfe oder in die Dreierkämpfe und probieren hier mal was aus. Weil ich so dachte, hm, wenn man sowieso mit allen Monstern, sag ich mal, so teamuppen kann, also immer ihre ersten Fähigkeiten generieren kann, dann macht das doch vielleicht mit den Orakeln Sinn. Ja, die Orakel kriegen ja selber Angriffsleiste. Und du kannst ihnen auch nochmal Angriffsleiste pushen. Also, ist eigentlich ein kompletter No-Brainer. War so die Idee. Okay, also, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Wir gehen in die Runen. Das ist die Eivor, die wir hier benutzt haben. Die solltet ihr vielleicht sogar auch schon kennen. Speed Attack HP. Die Attack ist völlig irrelevant, aber ja. Dann haben wir das zweitschnellste Monster. Das zweitschnellste Monster ist Juno. Auf dem Qualbild. Und hier nochmal an den guten Haxen, auf dessen Account wir ja gerade sind. Durchaus ein recht solider Juno, kann man sagen. Sicherlich geht noch mehr. Und da sind noch einige Grinds nicht da. Und sie ist auch nicht ausgeskillt. Aber das kann ja alles noch werden. Qual, Gegenangriff auf Speed, Crit, Rate und HP Prozent. So ist der Weg. Plus 162 Tempo. Ist okay. Und dann nochmal die Sierra. Die sieht, glaube ich, auch okay aus. Sie können noch ein bisschen mehr HP haben. Aber ansonsten passt das schon. Speed, Crit, Rate und Attack. Und ihr habt auch gesehen, da kann man noch einiges grinden. Und das ist jetzt der Gegner hier im Hintergrund. Ich glaube, wir können den auch direkt so, wir sind direkt so reingegangen. Können den auch direkt uns so anschauen. Das ist doch mal ein Test wert, würde ich sagen. rein in die Defense, Angriffshorn und jetzt mal schauen, auf wen wir gegangen sind. Oh mein Gott, die haben sogar direkt die Riley gestunt. Lol. Dann haben wir jetzt noch die Überlegung, wen bomben wir? Wir bomben Theomars. Weil wenn wir jetzt nur auf die Riley gegangen wären, dann könnte jetzt die Ophelia wahrscheinlich einen von beiden von den Debers, sag ich mal, befreien. Und das wollen wir nicht. Deswegen einfach, einfach jetzt drauf. Jetzt hat sie wieder ihr Threatening State runter. Defense Break oder Schild vielleicht von Theomars irgendwie wegprocken. Bombe, jawohl, mit Sierra. Also ich glaube tatsächlich, mit den Orakien ist das vielleicht eine richtig gute Interaktion. Also auch wenn, auch wenn aus meiner Sicht waren, waren eher die Tests jetzt in RTA mit der Cleave. Muss man gucken, da braucht es halt die Ruhmqualität. Aber ich glaube jetzt die Arena-Bettets, die wir gerade gemacht haben, die sahen eher so ein bisschen trollig aus als alle anderen, muss ich ehrlich sagen. Aber ist auch mal witzig. Angriffshorn wieder, aber ich glaube mit den Orakien ist das gar nicht so schlecht. Also das fühlt sich irgendwie richtig gut an, wenn man die richtig spielt. Wichtig ist, dass die Orakien die 100 Crit-Rate ungefähr haben, damit die auch sich selber auch noch ein bisschen Angriffsleiste geben können. Ja und ihr seht, so eine Defense easy gemacht mit Dark Aver und den beiden Orakien. Nicht schlecht, nochmal strippen hier. Ja, natürlich nicht ausgeskillt. Ja, man kennt's, der Klassiker, nicht ausgeskillt. Theomars erwacht, aber nicht lange. Ja, das war auch nochmal ein kleiner Absprung in die Welten gegen Kämpfe, war das glaube ich hier. Und ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen groben Rundumschlag gemacht mit der Dark Aver. Ich glaube, die Dark Aver ein sehr, ja, in eine Richtung denkendes Monster. Nämlich rein und rein vor allem für die Verbündeten in die Gegner. So ist ein bisschen der Plan. In dem Sinne Leute, ich sage danke an den guten Haxen bei uns aus der Kizun-Bande, der diese Monster gezogen hat und was wir hier testen konnten. Und die Koffie hat auch so ein bisschen einen kleinen Eindruck bekommen von dem Monster, wenn euch das gefallen hat. Dann achtet auf jeden Fall in nächster Zeit noch weiter auf weitere Assassinen-Test-Videos, die jetzt frisch zur Colabo gekommen sind. Abonniert den Kanal, wenn ihr das weiterhin sehen wollt. Lasst einen Daumen auf dem Video da und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.